Was ist nicht klar, frage ich euch. Klar sagt ihr, dass alles klar ist, aber wenn alles klar ist, warum geht ihr dann auch arbeiten? Ihr sagt, ich soll die Schnauze halten, aber dabei ist doch klar, dass ich mich hier nicht umsonst in einem rosa Tütü auf den Marktplatz gestellt habe und deswegen ist doch auch klar, dass ich meine Schnauze nicht halten werde, nur weil ihr das sagt. Aber wenn euch das nicht klar war, warum habt ihr dann nichts gesagt, als ich fragte, was euch nicht klar war? Und wenn es euch doch klar war, warum seid ihr dann so blöd und versucht es trotzdem, statt euren Atem zu sparen für die wahren Fragen? Denn lasst mich euch sagen, ich weiß, ihr tappt im Unklaren. Doch ich, ich werde sie vor euch jagen, eure unklaren Fragen, die euch so schwer im Magen liegen, also gebt sie mir. Denn tief in eurem Inneren wisst ihr bereits, ihr seid strudoof und deshalb braucht ihr einen professionellen Fragenjäger, der euch keine Antworten gibt, aber euer Geld nimmt, auf das ihr nicht reich und verzweifelt sterben müsst, sondern dumm und pleite. Denn dann könnt ihr euch beschweren und wer sich beschwert, muss nicht selber denken. Und solange ihr das nicht müsst, ist ja alles gut bei euch. Also kommt her und preiset mich, denn ich bin euer Heiland, der euch abfuckt und nervt, auf das ihr genervt seid und euch beschweren könnt alle Tage eures Lebens und nicht selber denken müsst in Ewigkeit. Und so küsst mir die Füße, damit ihr meckern könnt, denn die sind echt ekelhaft. Denn ich lebe auf dem Bauernhof und einmal im Monat ist Waschtag, aber für die Füße reicht's dann halt immer nicht mehr. Das tut mir ja auch irgendwo leid, aber man muss ja schließlich Wasser sparen. Ja, daran habt ihr mal wieder nicht gedacht, mal wieder typisch. Aber deshalb kommt her und preiset mich erneut, denn ich bin eure Rettung in Rosa Tütü, die auf jeden Fall eine Beschwerde wert ist. Denn seht's mein Schwert, es ist rosa und es ist flauschig und seht's meine Rüstung. Seht's es ebenfalls und seht, ich sehe, euch ist nicht klar, wozu das alles hier gut sein soll. Doch keine Sorge, denn mir ist es klar. Denn wenn ihr nicht unreflektiert und spießig wärt, dann hättet ihr nicht gesagt, dass ich meine Schnauze halten soll, dann hätte ich jetzt auch nicht eure Aufmerksamkeit. So aber denkt ihr, oh, der ist bestimmt schwul. Doch, ich muss euch sagen, leider nicht. Denn unter uns, Frauen können recht anstrengende Wesen sein. Die 0815-Frauen, aber auch lesbische Exemplare, sowie Frauen, die früher einmal männlich waren, sowie Leute, die früher einmal weiblich waren. Dann es sei denn natürlich, sie sind nun echte Männer. Denn diese Gruppe ist nicht anstrengend. Echte Männer sagen dir klipp und klar, halt die Fresse und guck nicht so blöd, sonst gibt's was aufs Maul. Ja, so will ich behandelt werden. Und es kann doch nicht so schwer sein, sich so zu verhalten. Würde jeder so denken, dann wäre die Welt ein besserer Ort. Viel friedlicher und so, ohne dieses ganze Gezanke und Gekeife die ganze Zeit. Und die Feministen schreien, ey! Und die FeministInnen auch, weil ich nur die männliche Form genannt habe. Tja, scheiße, hätte ich den Satz mal weggelassen, denn er bezweckt eh ausschließlich sich selbst. Aber naja, doof gelaufen, jetzt hast du die Meute an der Hacken, also was willst du tun? Dabei wollte ich vielleicht ja auch nur die männlichen Feminen irgendwas ansprechen. Wäre ja möglich. Aber das wäre ja dann wieder Frauen verachten und weshalb wieder alle, ey! schreien, aber dabei ebenfalls völlig außer Acht lassen, dass ich vielleicht auch nur zur besseren Hörbarkeit so formuliert habe. Ja, ich weiß, das hätte ich dann kenntlich machen müssen, aber vielleicht kommt das ja auch noch in einer Fußnote am Ende. Also wirfst mal mit bis zum Ende zuhören und dann beschweren. Aber habt ihr recht, da müsstet ihr wieder so lange darüber nachdenken. Das wäre echt hart. Aber wie dem auch sei, ich will nun mal Rosa tragen und auf Frauen stehen und die FeministInnen irgendwas schreien, ey! Doch sind sich jetzt auch nicht ganz sicher, ob Rosa jetzt nun für Frauen und ihre Rechte steht und ob Männer, die das auch oder gar trotzdem tragen, diese jetzt unterstützen oder in Frage stellen oder ob Männer überhaupt rosa tragen dürfen, dann ist es ja eigentlich eine Frauenfarbe und damit auch ein Frauenrecht oder ob man generell überhaupt rosa tragen dürfen sollte, denn mit der Deklarierung als feminine Farbe ist ja schon wieder sexistisch und damit Frauen verachten und ich kotze jetzt schon im Strahl, dabei wurden im Backstage die harten Sachen noch gar nicht ausgepackt. Denk mal drüber nach! Das ist nämlich gar kein Live-Auftritt. Danke. Danke.